In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du mit Scratch ein kleines Geschicklichkeitsspiel programmieren kannst. Ziel des Spiels ist es, eine Spielfigur ohne anzustoßen durch ein Labyrinth zu navigieren. Scratch ist eine kostenfreie grafische Programmierumgebung. Mit ihr lassen sich viele kreative Anwendungen wie Spiele und Animationen erstellen. Vorgefertigte Programmierelemente in Form von Puzzleteilen werden bereitgestellt und können entsprechend zusammengesetzt werden. Für die Programmierung steht eine webbasierte Anwendung zur Verfügung. Über Entwickeln gelangt man zur Programmieroberfläche. Auf der linken Seite finden sich die Programmierblöcke. Per Drag & Drop können diese auf die Programmierfläche gezogen werden. Der Bereich auf der rechten Seite nennt sich Bühne. Hier kann man sehen, was programmiert wurde. Für unser Spiel benötigen wir als allererstes das Spielfeld, das Labyrinth. Dafür müssen wir ein eigenes Bühnenbild anlegen. Klicke dafür rechts unten auf Bühne und anschließend auf den Reiter Bühnenbilder rechts neben Skripte. Hier können wir nun das Labyrinth zeichnen. Wir wählen eine Farbe als Füll- und Randfarbe für die Labyrinthbegrenzungen aus. Über das Rechteckwerkzeug können wir die einzelnen Teile des Labyrinths zeichnen. Achte darauf, dass du für alle Elemente dieselbe Farbe verwendest und überlege dir beim Anlegen des Labyrinths, wo sie später das Start- und das Zielfeld befinden sollen. Als nächstes brauchen wir eine Spielfigur. Dazu wechseln wir zunächst zurück in die den Skriptbereich und dann zu dem Figurenbereich unterhalb der Bühne. Die Scratch-Katze benötigen wir für unser Spiel nicht. Wir löschen sie einfach über dieses Mülleimer-Symbol. Anschließend fügen wir eine passende Spielfigur aus der Scratch-Bibliothek hinzu. Ich entscheide mich für diesen Ball. Die Spielfigur kann passend zur Wegbreite des Labyrinths verkleinert oder vergrößert werden. Jetzt folgt die Programmierung der Spiellogik. In unserem Spiel soll die Spielfigur mithilfe des Mauszeigers gesteuert werden. Die Figur soll dem Mauszeiger so lange folgen, bis sie eine Begrenzung berührt. Bei Berührung einer Begrenzung endet das Spiel und die Spielfigur springt zurück an ihre Startposition. Als erstes müssen wir festlegen, wann das Spiel starten soll. Dafür benötigen wir ein Startereignis. Ich entscheide mich dafür, dass das Spiel beginnt, sobald die grüne Fahne angeklickt wird. Wir müssen außerdem die Startposition für unsere Spielfigur festlegen. Auf diese Position soll die Figur auch stets zurückspringen, wenn sie während des Spiels eine Begrenzung des Labyrinths berührt. In der Befehlskategorie Bewegung findest du die Anweisung Gehe zu XY. Die Bühne von Scratch benutzt ein Koordinatensystem, um Figuren platzieren zu können. Der Nullpunkt mit den Koordinaten 00 liegt genau in der Mitte der Bühne. Meine Spielfigur soll an der Position X gleich minus 192 und Y gleich minus 154 starten. Hier habe ich in meinem Labyrinth nämlich Platz für das Startfeld eingeplant. Die Spielfigur wartet jetzt darauf, vom Mauszeiger berührt zu werden. Danach soll sie der Bewegung des Mauszeigers folgen. Den Befehl Warte bis finden wir in der Kategorie Steuerung. Die notwendige Bedingung wird Mauszeiger berührt in der Kategorie fühlen. Sobald die Bedingung eintrifft, also die Spielfigur vom Mauszeiger berührt wird, soll die Figur dem Mauszeiger folgen. Die Bewegung der Spielfigur können wir über einen weiteren Gehe zu Befehl programmieren. Dieses Mal geben wir keine feste Position an, zu der sich die Figur hinbewegen soll, sondern definieren, dass sie zum Mauszeiger geht. Ich teste an dieser Stelle den Programmcode. Dafür drücke ich auf die Startfahne und berühre mit dem Mauszeiger die Spielfigur. Die Figur springt daraufhin zum Mauszeiger, aber nur genau einmal. Wir möchten aber, dass die Figur kontinuierlich der Maus folgt. Dafür benötigen wir eine sogenannte Schleife. Schleifen befinden sich in dem Bereich Steuerung. Alle Befehle, die sich innerhalb einer Schleife befinden, werden wiederholt. Sobald ich auf die Startfahne drücke, springt die Spielfigur auf seine festgelegte Startposition zurück. Jetzt folgt die Figur dem Mauszeiger kontinuierlich, so wie wir es für unser Spiel benötigen. Als letztes müssen wir noch festlegen, wann das Spiel abgebrochen wird, nämlich genau dann, wenn der Spieler mit der Figur eine Begrenzung des Labyrinths berührt. Das heißt, die Schleife, die wir ausgewählt haben, müssen wir um eine Bedingung erweitern. Wir ersetzen deshalb die Schleife Wiederhole fortlaufend durch die Schleife Wiederhole bis. Die Schleife soll nur aktiv sein, solange die Spielfigur keinen Kontakt mit den Labyrinthbegrenzungen hat. Wie kann das Programm aber erkennen, ob die Spielfigur eine Begrenzung berührt? Hierfür nutzen wir die Farbe des Labyrinths. Unter Fühlen finden wir die Bedingung, wird Farbe berührt. Damit wir die richtige Farbe erwischen, empfiehlt es sich, die Farbe mithilfe der Pipette aufzunehmen. Ich teste erneut das Spiel. Die Spielfigur springt zur Startposition, folgt dem Mauszeiger kontinuierlich und bricht die Bewegung ab, sobald sie ein Hindernis berührt. Ich möchte aber, dass die Figur nach einer Berührung wieder direkt zur Startposition springt und der Spieler einen neuen Versuch beginnen kann. Hierfür benötigen wir eine weitere Schleife. Jetzt wiederholt der Programmcode diesen Ablauf fortlaufend. Fertig. Das fertige Spiel kann auf dem Computer gespeichert werden. Tritt man der Scratcher-Community kostenfrei bei, können die Spiele auch online veröffentlicht werden. Mein fertiges Spiel habe ich in der Scratch-Community veröffentlicht. Wie du siehst, hat es noch einige Erweiterungen im Vergleich zu dem Spiel, das wir gerade gemeinsam programmiert haben. Ich habe zwei bewegliche Hindernisse als zusätzliche Schwierigkeit eingebaut. Außerdem gibt es einen Timer, der zählt, wie lange der Spieler für den Weg durch das Labyrinth braucht. Und ein Zielfeld, das dem Spieler mitteilt, wenn er das Labyrinth erfolgreich gemeistert hat. Wenn du wissen willst, wie du diese Erweiterungen in dein Spiel einbaust, kannst du mein Spiel online öffnen und auf Schau hinein klicken. Hier wird dir der gesamte Programmcode angezeigt, sodass du ihn nachvollziehen und selber anpassen kannst. Den Link zu dem fertigen Spiel findest du nochmal am Ende des Videos. Viel Spaß beim weiteren Scratchen und Spielen deines ersten Minigames. ... ... ... ...